Hallo, hier ist wieder Sandra Staub von Facebook für Frauen. Ich wurde gefragt, Sandra, was kann ich tun, wenn ich keinen Shop-Button habe hier an der rechten Seite? Nun, wenn du den nicht hast, dann bitte ich dich kurz bei mir zu bleiben, denn es ist nur eine Frage von Einstellungen, also Settings. Hier oben gehen wir mal gemeinsam auf Einstellungen und dann wirst du etwas sehen, das hier seitlich heißt Seite bearbeiten. Und dann kannst du ein sogenanntes Template vorauswählen. Ich habe das Standard-Template und falls dir in deinem Template, egal welches du hast, irgendein Tab, also so ein Unterpunkt fehlt, dann empfehle ich dir hier nach unten zu scrollen. Dann kannst du auf Tab hinzufügen gehen und dann kann man zum Beispiel einzelne Tabs hinzufügen, die einem noch fehlen. Bei mir werden es jetzt Angebote, die kann ich hier hinzufügen oder es kann auch sein, dass es bei dir der Shop ist. Bei mir war es auch anfangs so, aber der Shop ist jetzt bei mir hier seitlich drinnen und der ist auch hier verschiebbar. Das heißt, ich kann dir nur empfehlen, schau da oben mal rein unter die Einstellungen und dann unter Seite bearbeiten. Einmal reingezogen, wird sofort gespeichert. Ich zeige dir mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn ich die Fotos nach oben ziehe, zack, wird sofort geupdatet und gespeichert und schon ist die Sache fertig und du hast deinen eigenen Shop-Reiter. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Shop auf Facebook. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder auf Facebook für Frauen.